Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. 1860 München will im DFB-Pokal seinen tristen Liga-Alltag entfliehen. In der Außenleiterrolle im Zweitrundenduell am Dienstag vor erstmals seit Februar 2020 ausverkaufen standen in der Grünwalder Straße gegen Bundesliga-Absteiger Schalke. Fühlen sich die Löwen und die Trainer Michael Kölner spürbar wohl und stüren trotz ihrer anhaltenen Erfolgslosigkeit Hoffnungen auf eine Überraschung. Wir wollen Pokalgeschichte schreiben, erklärte Kölner in der Pressekonferenz mit einer Mischung aus Trotz und vor allem aber auch Entschlossenheit. Im Pokal hast du immer eine Chance. Es gibt diese minimale Chance und wir versuchen sie zu nutzen. Deswegen müssen wir leidenschaftlich spielen und verteidigen und werden alles tun, damit wir da sind, wenn wir die Chance bekommen. Gegen die nach dem Abschluss aus dem Oberhaus durch die letzten vier Siege in Folge ohne Gegenteil mittlerweile zur Mannschaft der Stunde. So sagt zumindest Kölner, avancierten Königsblauen sieht Kölners Matchplan vor allem Defensivaufgaben vor. Egal wer spielt, wir müssen unser Tor gut verteidigen. Wir müssen versuchen, solange es geht, die Null zu halten. Stimmt der 51-Jährige sein Team auf Schalkes Offensivdrang und natürlich Zweitliga-Tormaschine Simon T. Rodde ein. Kölners Absicht, vielleicht entscheiden wir eine Umschaltsituation für uns. Wohlmöglich aber machen die Münchner Remis-Spezialisten nach zuletzt 6-1 zu 1 in den zurückliegenden Siebenbegegnungen ohne Sieg aus ihrer Liga Not auch eine Pokaltugend und zwingen den Favoriten ins Elfmeterschießen. Zumindest augenzwinkernd ließ Kölner eine entsprechende Marschroute erkennen. Als Berufsoptimist hoffe ich natürlich, dass wir es in einer normalen Spielzeit hinbekommen. Wir haben noch nie Elfmeterschießen trainiert, aber wir haben mit Elfmeterschießen nur gute Erfahrungen gemacht und noch keins verloren. Seit ich im Amt bin, diese Disziplin können wir Blick Kölner mit einem etwaigen Roulette von Punkt Kühn entgegen. Zumal der Coach einen Jork auf der Seite der Gastgeber wehnt, wir haben zwei Teute die Elfmeter halten können. Also, klare Ansage von Michael Kölner ist natürlich auch logisch, dass du als 18-16 in so ein Duell reingehst und willst gewinnen. Alles andere wäre eigentlich eine Enttäuschung und dann bin ich mal gespannt, wie hart der Kampf auf jeden Fall am Ende aussehen wird. Eure Meinung zum Spiel gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!